Deutschland! 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 Asylantenheime werden angegriffen, Ausländer auf offener Straße gejagt und ermordet. Sündenböcke für eine Gesellschaft in der Krise. Jugendstreile! Wir wollen keine Jugendstreile! Deutschland in Deutschland! Ausländer raus! Wahnsinn ist so was! Die jungen Menschen, die hier aufgewachsen sind, wie können die Leute irrt sein und durchs Zeuge reden? Ich begreife das nicht! Kühnens Nachfolger kommt aus Wien. Er ist Österreicher und kriminell, genau wie Hitler. Wegen Nazi-Aktivitäten erwartet er ständig Gerichtsprozesse. Gottfried Küssl zaudert nicht zu erklären, wenn er in ein Konzentrationslager schicken würde, falls er an die Macht käme. Ich glaube, die komplette Regierung einmal. Es ist vollkommen klar, alle jene, die dieses System am Leben erhalten haben, dieses falsche System, da muss einmal klar gemacht werden, wo der Fehler gelingen hat. Seit wann bist du in der NSDAP-Aufbauorganisation? Die NSDAP-Aufbau ist eine Neuauflage von Hitlers Partei, Hauptquartier Lincoln-Nebraska in den Vereinigten Staaten. A.O. steht für Aufbau- und Auslandsorganisation. Die 102 neben dem Datum markiert das 102. Geburtsjahr Adolf Hitlers. Die A.O. exportiert Nazi-Propaganda weltweit. Die Organisation gleicht einem Geheimbund. Abgeschottet durch ein Zellensystem, das polizeiliche Infiltration praktisch unmöglich macht. Ost-Berlin, Flughafen Schönefeld im Sommer 1990. A.O.-Führer Geri Lauck ist angekommen, um geheime Treffen abzuhalten. Treffen mit seinen deutschen Verbündeten Kühnen, Küssl und einem gewissen Christian Worch. Lauck wird gesucht, aber er entgeht der Polizei, die von seinem Besuch erst später erfahren wird. Noch ist Ost-Berlin Hauptstadt der DDR. Doch Kühnen und Küssl können Geri Lauck bereits hunderte neuer Anhänger in Gesamtberlin präsentieren. Lauck hat Verbindung zu Terroristen in den Vereinigten Staaten und zu Nazi-Aktivisten weltweit. Für sie alle ist die Geschichte ein ewiger Rassenkrieg. Und der Hauptfeind, die Juden. Ich habe keine Objekte zu den jüdischen Menschen in der Rasse und der Kultur überleben. Aber wenn sie systematisch versuchen, meine Rasse zu exterminieren, werde ich meine Rasse zu retten. Wenn ich meine Rasse zu retten, werde ich ein paar von ihnen zu retten. Und wenn es ein Problem ist, dass der letzte weiße Mann auf diesem Planeten sterben oder der letzte Jew zu retten, wird es ein Bye-Bye-Jew. Uralter Hass wird mit modernen Methoden verbreitet. Die Jugend wird mit Hetzfilmen indoktriniert. Hier zeigen wir zum ersten Mal, wie es gemacht wird. In einer geheimen Neonazi-Jugendzelle. Angeblich gebieten die Juden ihrer sogenannten Religion, übergeschächtetes Fleisch zu essen. Sie lassen deshalb die Tiere bei lebendigem Leib verbluten. Die Arten begleiten als Schmarotze die Menschen von seinen Anhängen an. Ihre Heimat ist Asien. Von dort aus wandern sie in riesigen Scharen über Russland und die Balkanländer nach Europa. Vorhand, auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten. Pest, Leber, Typhus, Cholera, Ruhe und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der eintückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Diese Physiognomien widerlegen schlagend die liberalistische Theorie von der Gleichheit alles Bessen, was Menschen an Christ trägt. Das Judenlohn wird sich genauso einer soliden, aufbauenden Tätigkeit anpassen müssen, wie es andere Völker auch tun. Wenn es in internationalen Nationen gibt und außerhalb Europas geringen Seite. Sie sagen, Sie sagen, Sie wollen nicht die Weltkrieg zu stoppen. Sie sagen, Sie sagen, Sie wollen nicht die Weltkrieg zu stoppen, sondern die Vernichtung der Güter sind, die Weltkrieg zu stoppen. Isn't the Holocaust exactly what Hitler wanted? No. But Hitler spoke repeatedly of the extermination and annihilation of the Jews. No. He spoke about the end of the Judentombs in Europa. And this is exactly the same what I support. Kennst du seine Nase? Seine Nase kennst du nicht? Ist sie krumm und hässlich für uns schlag ihm ins Gesicht. Das ist kein Mensch, das ist ein Jud. Und ihn macht nach, mach ihn kaputt. Das ist kein Mensch, das ist ein Jud. Denk nicht langer, nicht langer, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Denk nicht lang nach, mach ihn kaputt. Denk nicht langer, denk nicht langer, mach ihn kaputt. Denk nicht langer, mach ihn kaputt. Der englische Historiker David Irving. Umstritten, Bestsellerautor. Seine Bücher verkaufen sich millionenfach auf der ganzen Welt. Sie werden von angesehenen Verlagen herausgegeben. Ulstein in Deutschland, Legenda in Schweden und Macmillan in England. Die Deutsche Volksunion. David Irving neben Dr. Gerhard Frey, dessen Partei neuerdings im Landtag von Schleswig-Holstein vertreten ist. Irving tritt schon seit langem auf Veranstaltungen von Gerhard Frey auf. Die deutschen Nationalen waren eine gute Einnahmequelle für den Engländer. Aber David Irving beschränkt sich nicht nur auf die Zusammenarbeit mit Gerhard Frey. München, 21. April 1990. Ein Tag nach dem Geburtstag Hitlers. Der Löwenrollkeller. 800 sind gekommen, um ihre Wahrheit zu hören. Die Wahrheit, die sie freimachen sollen. Eine Revision der Geschichte. Es könnten die netten Leute von nebenan sein, die hier auf David Irving warten, der ihnen sagt, was sie hören wollen. Die Errichter haben in Dachau in den ersten Nachkriegsjahren eine Attache war. So sind die Gastkammeranlagen, die man jetzt als Tourist in Auschwitz sehen kann, von den Behörden in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden. Die Beweise liegen vor. Die Anlagen sind chemikalisch untersucht worden. Die Dokumente haben wir jetzt in der ganzen Welt veröffentlicht. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, das wirft einen Staub auf. Da wird unseren Feind der Würden und Seelen vergehen. Denn sie haben ja das... Michael Kühlen und andere Gäste sind da, die den respektablen Schein der Veranstaltung trüben könnten. Eine lebende Legende und Held in Neonazikreisen. Otto Ernst Rehmer. Er war Sicherheitsberater des ägyptischen Potentaten Gamal Abdel Nasser. Betrieb Waffenhandel mit Syrien.